Der Junge ist Weltklasse. Oliver Kahnadel Toni Kroos bereits nach seinem ersten Spiel. Es ist der 26. September 2007, als der FC Bayern auf Energie Cottbus trifft. In der 72. Spielminute beim Spielstand von 3 zu 0 wird der damals 17-jährige Toni Kroos für Zerroberto eingewechselt. Toni Kroos, 17 Jahre jung und 8 Monate der jüngste Bundesligaspieler in der Geschichte der Bayern. Sein erster Ballkontakt. Diese Flanke auf Klose. 4 zu 0. Der heutige Madrid-Line legte Miroslav Klose gleich zwei Tore. Zum 5 zu 0 Endstand auf. Nach dem Spiel war der Titan von Kroos so sehr begeistert, dass er ihn bereits als Weltklasse bezeichnete.